Gedanke 4. Benutzerfreundlichkeit und Design in digitalen Pressemappen Die Gestaltung digitaler Pressemappen spielt eine entscheidende Rolle bei der Effektivität der Informationsvermittlung. Ein intuitives Design, das sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist, sorgt dafür, dass die Inhalte nicht nur zugänglich, sondern auch ansprechend für den Benutzer sind. Benutzerfreundlichkeit als oberste Priorität. Digitale Pressemappen sollten so gestaltet sein, dass sie leicht navigierbar sind. Eine klare Strukturierung, schnelle Ladezeiten und einfache Interaktionsmöglichkeiten sind essentiell, um die Benutzererfahrung zu optimieren und sicherzustellen, dass die Inhalte effektiv kommuniziert werden. Beispiel Bei der Entwicklung einer digitalen Pressemappe für ein großes Sportevent achtet das Design Team besonders darauf, dass Benutzer schnell die neuesten Ergebnisse, Spielerstatistiken und Highlights finden können. Ein benutzerfreundliches Layout, das auch auf Mobilgeräten hervorragend funktioniert, macht die Informationen für jeden zugänglich und einfach zu nutzen. In der heutigen digitalen Welt ist es unerlässlich, dass Pressemappen auf einer Vielzahl von Geräten gut aussehen und funktionieren. Responsives Design stellt sicher, dass die Pressemappe auf Desktop-Computern, Tablets und Smartphones gleichermaßen gut aussieht und funktioniert. Beispiel Ein Modeunternehmen präsentiert seine neue Kollektion über eine digitale Pressemappe, die auf verschiedenen Geräten perfekt dargestellt wird. Von großen Bildschirmen bis hin zu Smartphones, die dynamische Anpassung des Layouts sorgt dafür, dass Bilder und Texte immer optimal präsentiert werden. Die Integration von Videos, Bildergalerien und interaktiven Grafiken kann dazu beitragen, die Botschaft lebendiger und eingängiger zu machen. Diese Elemente sollten jedoch so integriert werden, dass sie die Benutzerfreundlichkeit nicht beeinträchtigen. Beispiel Eine Kunstgalerie verwendet in ihrer digitalen Pressemappe Videos von Künstlerinterviews und interaktive Grafiken, die die Techniken hinter den Kunstwerken erklären. Diese Multimedia-Elemente sind so eingebettet, dass sie das Interesse der Betrachter wecken, ohne die übrige Navigation zu stören. Eine gut gestaltete digitale Pressemappe ist mehr als nur ein Informationsmedium. Sie ist ein Schlüsselwerkzeug für effektive Kommunikation. Durch die Kombination von Benutzerfreundlichkeit, responsiveem Design und sorgfältig integrierten Multimedia-Elementen wird sie zu einem mächtigen Instrument, das die Reichweite und das Engagement deutlich erhöhen kann.